Mogo hier am Start, Leute, und herzlich willkommen zu einer Weini-Tarren-Folge Minecraft. Und gleich, wir sind nicht alleine, ja gut, gerade sind wir schon alleine, aber gleich wird uns noch zwei Player, meine ich, beitreten. Wir sind nicht der Epic-Idol in der DVD-Player, soweit ich weiß, ja, und wir wollen heute weiter in unserem Haus, irgendwann wollte ich ja auch nochmal fertig kriegen, das Haus, ne? Das muss gemacht sein. Warte, wieso komme ich hier nicht hoch? Gut, fühlt sich irgendwie komisch an, wieder Minecraft zu spielen, aber was heißt wieder, ne? Ähm, oh, ich war gerade richtig lang draußen und, sorry, wenn ich die ganze so schniefe, so, so meine ich so, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, sorry dafür dann, ähm, das ist richtig nervig, wir waren halt gerade draußen, ist nicht das beste Wetter, ne? Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm das Wetter, aber trotzdem ist es schon ein bisschen kacke. Ähm, also schön ist es nicht, ja? Das, ähm, können wir nochmal festlegen und ich denke mal, dass er ein neues Mitglied sein wird, der DVD-Player. Der Epic-Idol ist ja letzte Folge beigetreten, als neuer, als neues Mitglied. Und, ja gut. Ähm, 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 ja, das wird der DVD-Player gleich auftun, hier beitreten. Und ich glaube, er wird auch bei sich zu Hause spielen, weil, also, äh, DVD-Player ist gerade bei Epic-Edou und ich weiß jetzt nicht, ob er bei Epic-Edou das ganze Let's Play mitmacht an der Konsole oder bei seiner Konsole zu Hause. Hm, die dreht man nicht. Ach, unser schönes Haus. Ne. Unser allmächtiges Haus, was so hässlich ist. Hm, na, tolles Zuhause habe ich hier, ne? Hm, ja, toll. Holzumbrandung. Hier ist Wasser, da laufe ich immer drauf. Oh, klappt aber nicht immer, ne? Und, äh, ja, okay, es klappt nie, muss ich sagen. Und ich labere wieder komplett Müll. Was labere ich hier, Alter? Loil. Und ich weiß nicht, ob ihr den Bug kennt, aber ich zeige es euch einfach mal. Dann muss man, oh, okay, sie sind schon online. Ja, es klappt. Wenn man eine Fakul hier hinsetzt, dann so, dann hält das. Ja, das ist ziemlich nass. Gerade, haben sie wahrscheinlich gesehen, ist es irgendwie in der Fackel reingegangen und dann irgendwie so, ja, ich weiß einfach schon was. Jetzt. Wenn man sie höher macht, dann fällt das eben so runter und wenn man das direkt hier macht, dann irgendwie nicht. Komisch. Bauen wir hier erstmal ein bisschen aus, ne? Das muss gemacht sein. So. Schön. Das muss alles gemacht sein. Oh, meine Nase, ne? Das ist so scheiße. Ne, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder vielleicht schon. Wenn ihr es gerade selbst habt. Ich weiß ja nicht. Ist jetzt nichts mit Kranksein oder so? Hat das so nichts zu tun? Aber trotzdem, es nervt einfach nur. Ey, ich mach mir mal meine Schaufel, Alter. Wo ist meine Werkbank? Das ist Erde. Erde ist sehr wertvoll. Ne? Wie wir alle wissen, ist Erde sehr wertvoll. Und ich mach mir grad ne Werkbank. Und ich weiß nicht, wieso ich jetzt alles kommentiere. Ich muss ein YouTuber halt machen. Und... Okay. Ja, wir müssen mal unser Inventar lernen, ne? Oh, ich hab ne Idee. So. Hm. Platzieren wir einfach mal hier und machen uns... Erstmal machen wir uns ne Truhe, Leute, ne? Das muss gemacht sein. Auf jeden Fall. Ach, machen wir gleich zwei. So. Zwei Truhen. Schmeißen wir das erstmal weg. Erstmal müssen wir ja so machen, ne? Dann mach ich jetzt mal diesen ganzen Schüssel hier. Einfach mal... in die Truhe rein, ja? So. Äh... Endlich haben wir Platz. Können wir den ganzen Schüssel hier aufsammeln? Mal gucken, wie viel wir schon abgebaut haben, ne? So. Gut. Jetzt müssen wir erstmal das hier machen. Ne? Das muss... Was ist das? Das war ein Bug. Und das regnet gerade und das ist Nacht, glaub ich. Und das gefällt mir nicht so. Das wäre jetzt richtig scheiße, wenn ich so auf den Tag machen würde, ne? Das wäre richtig dumm. So, dann sammeln wir erstmal wieder ein bisschen auf hier. Und, ähm... Ja, guck doch auf jeden Fall nochmal bei Epic Edu vorbei. Er hat mir nämlich im letzten Fall noch gesagt, er macht ein neues Let's Play. Und wir wollten auch mal sowas wie Varro machen, Leute, ne? Falls ihr es noch nicht wisst, wollten wir mal machen. Können wir... Oh, da ist er. Hi, Neil. Hi. Nimmst du einen schon auf? Ja. Na gut. Ähm, ist David jetzt da bei dir, oder? Ja, ähm... Jetzt, äh, bei mir. Okay. Kann er mitspielen? Hi, Neil. Hi. Du gehst bei mir zu Hause. Ja, aber kann er mitspielen denn? Ne, ne? Ähm, nein, das geht nicht. Ich hab ja nicht so einen Controller. Achso, okay. Und ich baue gerade weiter mein Haus. Was? Was ist denn, Neil? Ich baue gerade weiter mein Haus. Was ist denn? Nichts Fläscher. Äh. Nein, ich bin tot, ich bin tot. Ne, mein Gott, die Wölfe hat mich gerettet. Was hat dich gerettet? Meine Wölfe hat mich gerettet. Deine Zornwölfe. Oh mein Gott, die Wölfe hat mich gerettet. Nice. Vor was? Vor deinem eigenen Arsch? Richtig unlogisch, Alter. Richtig unnötig einfach, ne? Ja, das ist jetzt auch ein bisschen ekelhaft hier. Mh, na! Ich kenne jetzt was komplett aus. Ja! Ey, kennst du dieses... Ja, ich hab nicht... So, perfekt, ähm, was wir nur noch hier suchen. Gibt es so? Ja, nein, es geht so. Ich kann mit einem Schlag ein Schwein töten. Ja? Ja, oder in die Kuh. Schön. Ja, guck. Ein Schlag und dann kommen die Wölfe. Ich kenne ihn. Ich hab hier mal alles ausgebaut hier, ne? Ähm. So. Oh, ich muss Holz fahren gehen, Leute. Das muss, äh, Pronto sein, ja. Ja. Ja, hallo. Ja, ich hab noch einen Hund. Guck, guck, die hält. So gut, nice. Ach, ne Axt wollte ich mir auch noch machen. Essen haben wir noch ein bisschen. Nils, hast du ein bisschen Eichenholz vielleicht? Ne, ich bin gerade selbst Holzfragen. Hallo. Halt deinen Maul. Hast du Eichenholz? Ich bin der richtige Nils. Der andere ist der Fake Nils. Da ist der Fake Nils. Genau, Nils TV, ne? Weiß man. Ah. Nils, oh, Nils. Hey, du hast... Du bist nicht der Nils. Du bist der Nils. Ja. Das war ein Prank. Ja. Das ist richtig, ja. M 4. Nils, denkst du, ich bin so dumm? Prozent Prozent die 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 sind ja nicht meine Hunde Du Mörder! Mir ist ja... Ich hab... Haube will nicht ausgeschrieben. Aber ich glaube, das muss mir trotzdem... Nein! Ich bin ein Stein! Nein! Ich bin ein Stein! Äh, no! Ich hab das... Jawoll, da ist es doch! Das Skeletthorn ist es! Das ist ja... Einmal was bekommen zwei Pfeile! Schön! Ist denn Schwein? Hab ich dann Schwein gesehen? Da gibt's nicht auf die Spiele, die nehmen, komm! Haube ist ein Creeper! Nice! Haben richtig geil gekillt, Leute! Wir sind ja Killern! Nein! Bauen wir jetzt mal ein bisschen weiter ab! So, das reicht auch erstmal jetzt! Mit dem Holz! Müssen wir das eben verarbeiten! Jawoll, da haben wir wieder richtig viel Holz! Können wir schon mal was machen, ne? So! Hier sind Schweinen! Nice! Alle für meine Wölfe! Oh, das hätte ich auch Edgar nennen können! Alle für meine Wölfe! Alle für meine Wölfe! Alle für meine Wölfe! So, Ofen! Jetzt auch! Oh, was mach ich hier, Alter? Ich verzipp mich die ganze Zeit, warte! Was wir verzippen, Alter! Klicken! Nein! Jetzt haben wir das Holz da reingetan! Da soll die Kuhle rein verdammt nochmal! Mann! Ja, okay, dann wollen wir erstmal weiter! Ach, wir brauchen gar nicht sneaken hierbei, Alter! Oh, doch! Müssen wir mal nicht! So! Ich kann hier abwarten, oder? Ja, komm, ich bau die Alarm! Hier ist noch ein Schwein! Nice! Oh, echt? Hier ist ein Schweinchen! Hier ist ein Schweinchen in der Oh, das ist eine Fah- Oh, das ist eine Fah- Oh, das ist eine Fah- Oh, mein Gott! Was hat runtergefallen! Oh, Gott! es Loni Lager ein Lerner ein Lerner um hier auch sind er gerade ein Klinien das in der Macht Nieren er kann und dann mit dem Leben gehen weil ich auch Ein paar für Spitzwagen. Ich hab nur... ich hab gar keine Häusenspitzhacke. Warte, ich geh dir gleich was. Warte, ich geh dir gleich raus. Ähm, ich hab was ganz Besonderes für dich. Soll ich mal keine Hühnchen? Ist das eine Rolle? Eisenblock, danke. Bitte, ich hab noch sechs weitere, aber egal. Alter. Man kann doch... ach egal. Yo, ich habe 51 und 1 Stack Eisen, man. Nice. Alter. Mega nice, Alter. Mega geil, Alter. Aber das bin ich, man kann Diamanten craften, ne? Hä, wie? Ja, irgendwie mit irgendwelchen komischen Sachen. Ja, genau. Ich glaub dir nichts, Alter. Das glaub ich dir nicht. Früher war der Epic Edu noch gut. Ja, genau. Das passt aber auch selber aus. Ey, Eduards? Oder David? Ja? Kann man jemand googlen, ob man Diamanten jetzt echt craften kann? Man kann Diamanten wirklich craften, ne? Man kann Diamanten wirklich craften, ne? Ja, ich hab doch so ein Video gesehen, ähm. Und eigentlich Diamanten ohne Cheap. Ja, ich werde das nicht auch. Ja, kaufen oder was? Man kann auch Diamanten craften, ne? Ja, dann beweist es mir irgendwie. Ja, dann beweist es mir irgendwie. Kann ich sagen? Wie? Glaubst du nicht, dass man Diamanten craften kann? Glaubst du nicht, dass man Diamanten craften kann? Ich glaub dir das nicht. Ich glaub dir das nicht. Doch, auf dem Diamanten. Ohhhh. Oh, du Penner, ey. Das ist ein Braink, ne? Man kann wirklich Diamanten craften aus dem Diablo, stimmt ja, ne? Ja, und? Und aus dem Diablo craftet man die aus. Äh, was glaube ich? Äh, das war falsch. Aus jedem Sumpf, ne? Aus dir aus craftet man. Ich weiß. Slimes haben mich da mal ungebracht. Glaub ich. Wo sind die überhaupt? Wo ist überhaupt hier der Slime? Der ist grad hier rumgehört. Muss doch hier irgendwo sein. Scheiße, Slime, du. Ich bring dich um. Kannst du nicht. Du stehst nicht nur auf dem Kopf hoch. Ja, du bringst ihn um, ne? Du stirbst wahrscheinlich selber dabei gleich. Komm, 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 komm. Ich bin im PvP gut. Ich bin im PvP gut. Ich hab' nicht so gut weh. Doch. Mann, ich muss hier hoch. Es kann ja halt immer ne Kombo geben, ne? Wenn du willst, muss ich doch ein bisschen sexieren. Schläft Savi heute bei dir? Schläft Savi heute bei dir? Äh, ne, leider nicht. Vielleicht nicht. Ich frag ihn noch. Bei dir zuhause? Ich weiß. Ich will sterben. Ich will sterben. Mein ganzes Bild auf Bad Wars. Echt? Ja, und er wird sterben. Nice. Ne, in Bad Wars, ne, da kann ich immer alle hin, aber in Skywesterfahr kann ich immer. Skywesterfahr kann ich immer. Skywesterfahr ist eigentlich einfach. Ja. Ja, ich mein, auf dem PC von meinem Bruder zog ich das halt manchmal. Und der lag ist halt übelst, ne? Und das sag ich jetzt nicht. Also echt, das ist richtig schlimm bei ihm. Bei Bad Wars, bei Bad Wars geht's halt noch so, aber bei Skywester ist es ein bisschen heftig mit den Lags da. Als ob unser Bettchen abgebaut wurde. Er schlau. Oh Gott. Er hat's ja geahnt, David. Endlich. Ich wusste, ich hab den Berg die Blau mitgewinnen und den ausgerichtet. David. David. Sei leise. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Ne, einfach mal wieder. Der Ne ist aufgelassen, aber das macht er dich einfach nur so. Warum ist dein Lieblingsessen? Ne, ich schau dir vor, das hat er nicht mal gefassen, genau. Ja. 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 Ne, ich schau dir vor, das hat er nicht mal gefassen, genau. Typisch Neils. Ne. Was? Was ist denn ehrlich? Nein, ich hab meinen Hund umgebracht. Hä? Na? Ne, ich drück auf Team Grün und dann steht auf einmal kein Team. Ne, ich wette, dass ich mich alleine bekomme, oder? Ne, ich wette, dass ich mich alleine sein werde. Nein, das ist nie so, David. David, willst du mal erzählen, was ich heute herangeschrien hab in der Stadt, so? Irgendwo? Was ist denn? Also, Nils, Nils, David hat zu dir was gesagt. Ne, David, Nils hat zu dir was gesagt. Was ist denn? Ja. Irgendwo war es gut. Nils, Nils, David sagt, er hat nichts gehört und die Welt verreckt meinen Hunger. Ich soll verreckt meinen Hunger? Ich soll verreckt meinen Hunger. Ich soll verreckt meinen Hunger. Das wäre noch besser. Oh nein, helf mir! Nein! Ja, was denn? Ja, was? Ohne Spaß, ne? Ich stelle mir bald bei so'n, bei meinem Haus so, bei so'ner Terrasse oder so, bei so'n funkelnden Diablock so hin, ne? Dann mach' ich so. Langlebe statt rot. Langlebe Nils. King. Nicht. Jonge. Jonge Dino. Ne? Langlebe der hofflige Nils. Ja. Tja, ist doch soo genau. Sagt der, der keine Videos machen kann auf YouTube. Ich bring' mein Gehirn. Nein, warum man? Ich töte alle meine Wölfe, weil ich direkt von meiner... Bist du weh? Warte, das? Mann! Ich mach' mir jetzt einen Amboss, Leute. Ich mach' mir jetzt einen Amboss. Ich mach' mir jetzt einen Amboss. Die hältst alle meine Wölfe zum Tod. Cool. Janis! Das macht doch heiß, ey. Drei Eisenblöcke und Amboss habe ich! Na, nice! Soll ich mir den craften? Ne, soll's nicht. Okay, hab's gemacht, Savit. Aber hat sie nicht gemacht. Doch, hat er. Ja! Hey! Das hier haben wir doch alles für dich machen und dann sagt er... Der Fieber hat sich nicht gemacht. Ja, weil er ist gesehen, Mann. Ja, verstehe ich aber das nicht. Warum, weil ich schlau war. Ja, bist du. Wie behindert das aussieht, Alter, mit dem Anvil hier oben drauf, wa? Brustplatte. Ja, das kostet ja 11, ne? Sehr schlau. Scheiß auf Level, Alter. Ich muss das jetzt reparieren. Game of Thrones. Bitte noch die Schuhe! Yes! Wie viel Level habe ich noch? Ja, 10 Level, Alter. Ist voll nice noch. Nice. Geil. Okay. Geh' ich mal lieber hier hin. Ich bin tot, Niel. Oh, mein Gott im Halbepferd. Ja, ich hab' schon verloren. Ähm, ja. Dann fangen wir jetzt mal hier so an das Haus weiterzubauen, ne? Ne, ich bin gleich tot. Wieso? Ich bin tot. Und ich hab' schon verloren. Nein. Pfff. Alter, ist nicht dein... ...verkacktes Ernst, ne? Ich hab' mich, ich hab' mich selbst getötet. Oh, was machst du denn für ne Scheiße, Alter? Kannst du mir das mal sagen? Ja, ich hab' ein halbes Herz. Ich hab' mich gefunden. Und vor allem, hab' ich keinen Bock mehr zu leben. Ich hab' mich hier selbst getötet. Du hattest keinen Bock mehr? Okay. Ich bin raus. Ne, ich hab' keinen Bock mehr. Kannst du mir machen? Mir Sachen abgreifen? Ne, ich hab' zu dir. Ja, warte. Yeah, ah! Scheiße! Hahaha, geil! Ihr freut sich so. Ich weiß hundertprozentig, das ist so. Ich hab' mich so. Cool hab' ich gefunden. Ich hab' ich sehr viele Bilder, hab' ich sehr viele Bilder. Ich hab' ich sehr viele Bilder. Ich hab' hier nicht versteh' mich nicht versteh' Ich bin ja nicht versteh' ich. Ahhhh. Ja, jetzt wieder am Kacken, das hört man. Ja, jetzt wieder am Kacken, das hört man. Oder am Scheißen, aber dann, scheißen! ein Möbel und in den ihr könnt das war auch gar nicht mehr Prozent ein erster Bilders nennen er hat einfach mal die diese aufgenommen Und da war einfach so einer, der hat seinem Bauwerk-Dingens da geschrieben Revi, hör bitte auf mit YouTube Ja, ich weiß Du weißt doch alles Mein Schatz, Spaß Ah ja, dann mach ich hier so Ja, verfickt, Alter Oh Gott, ich steine sammeln Hast du Steine? Ich hab ne mega geile Idee, ne? Ich hab ne mega geile Idee von meinem Haus Oh nein, du Mir ist eine geile Idee, dass das nicht gut ist Oh nein, doch Und in der undocumented Darin wäre lại Mit idealitäten Hey, es ist doch noch Du bist da Du wer bist da, dass du dich am allerbeste Kann Ach, du Scheiße Nein W aż du noch Nein, werde noch versterben Ich bin alleine Das sieht Grün hat zwei Leute und Brotersparen flourish so ein paar Fackeln in die Wohnung, das gibt es doch gar nicht hier. Kein Licht hier. Dann sammeln wir erstmal ein bisschen Sand. Ich habe jetzt Hunger. Ich habe genug Schießpulver für die Weiche. Kies. Nein, nur du bitte mal. Ich war alleine. Ich bin interessiert. Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Ja, wirklich? Das ist ein Juni oder was? Ja, ich habe noch zwei Rollparks gehabt. Nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Das geht auch. Das geht auch. Das geht auch. Warte mal. Ey, ne. Why do you pimmeln me? Oh, yeah. Ich bin tot schon wieder. Na, scheiße. Ich bin tot jetzt laufend. Geh mal. Ich bin tot jetzt. Nein, nein. Ich bin tot jetzt. Ich bin tot jetzt. Entschuldigung. Ich bin tot jetzt. Dann wird ein wenig précédent. Ich bin tot. Ich bin tot. Dann wird's total los. Dann wird's noch nichts. Ich weiß, man kann da auch wegwerfen, ne? Und wenn die Schüssen gar nicht sind, ist sie komplett tot. Leute, ich kenn das, ne? Und mit einer Schere kriegst du am meisten, also mit einer Schere in die Mittlung. Schreck kannst du auch, wenn du zählst, hast du am meisten Punkte. Ich kenn das mit diesem Axtwerfen. Oh mein Gott, jetzt, jetzt. Was? Schieb ein Babyhühnchen weiter. Echt? Ja, und? Schieb ein Babyhühnchen weiter, ich kann ja nur Babyhühnchen. Ich kann mich mal, der Babyhühnchen. Nein, ich bin tot, Nils. Nein, ich bin tot, Nils. Nils bin tot. Nein. Ja, genau. Es gibt dir jetzt nichts mehr, Alter. Babyhühnchen hat mich aufgefressen. Der hat dich aufgefressen. Ja. Das klingt eigentlich viel ab. Ich bin nicht. Ich bin ekelig an, der hat sich aufgefressen, aber egal. Nee, jetzt kannst du nicht mehr teleportieren. Ja, warte. Ich wurde vor so einem scheiß Babyhühnchen aufgefressen. Ähm, warte mal kurz, ich teleportiere dich gleich. Ich muss kurz noch was machen. Nee, du musst ihn unter Wasser, ich werde gestern. Ich teleportiere mich. Das war mein Blum. Komm raus. Nein, fahr rein. Hau ab. Das ist die Scheiße. Ich habe ein mega kleines Haus. Tschüss. Was ist ein Stein oder was? Ja, ich bin ein Stein. Ja, ich bin ein Stein. Ja, ich bin ein Stein. So, jetzt haben wir ein bisschen... Also, Nils, kannst du mir gleich eine Schiene geben? Nein. Doch, damit ich, äh, damit ich, äh, damit ich, äh, damit ich, äh, die Achterbahn machen kann. Tja, und wenn du wieder stirbst? Ja, wenn du wieder stirbst? Äh, ich will ich wirklich nicht. Scheiße, ich werde nie wieder meine Icons finden. Warum? Scheiße. Ich bin irgendwo gestern. Paluten, was darf ich? Ich bin ein Paluten. Scheiße. Drück er, drück er, drück er. Oh nein, Nils, hier sind überall kurze Viecher. Ich fand es der Lecke. Was ist die von mir, Alter? Okay, dann werde ich wieder drauf gehen. YOLO. Hm, ja, von mir aus. Ich bin jetzt mal wieder. Ah, Nils, hier wird drauf gehen. Mhm. Nein, ich bin tot, Nils. Was? Warte, ich helfe dir, ich helfe dir. Nils, Hilfe. Nils, Hilfe. Oh, was stellst du mir wieder auf den Schädel an, ne? Hättest du, wann gibt es vertauerte Spinnen? Das gibt's schon immer. Die haben, die sind manchmal auf solche Tränke verdingenst. Das gibt's. Guck mal, hier sind viele vertauerte Spinnen. Verstehen ich, warum? Eine von mir war sogar mal unsichtbar. Ich weiß. Ja, aber die ist einfach so. Ja, die Partikel, das kann man schon sein. Ich glaube, Händen haben die verzaubert. Ja. Wie viel Scham macht die? Alter. Mit Full Iron ein Herz, Mann. Stell dir vor, dein Kämmer in deinem Traum. Ey, verpisse, aber Rasen. Ja, Junge, gib mir mal bitte Essen. Och, ich hab mal... Ja, aber du stirbst eh wieder, das will ich nicht. Nein, ich stirbe nicht. No, danke. Trotzdem. Danke, danke, Neil. Was? Ey, verpiss dich, Alter. Ich kill dich jetzt, ne? Gib meine Melonen wieder, oder du wirst gleich... ähm... sterben. Hör auf! Hör auf! Ich bin tot! Dann gib die Melonen! Gib die Melonen! Ich hab mal keine. Ich hab alle auch gefrecken. Hast du nicht, Eduard? Gib! Gib, oder du bist tot. Ich lebe mir in Zeitung. Geh weg! Ich bin auf Klo. Ich bin gerade auf Klo. Ich bin gerade auf Klo. Gib doch jetzt mal. Jetzt wäre es auf Klo. Ich lebe in der Zeitung. Hier, äh... Okay, ich hab was gut. Ja, eine. Ja. Du hast noch welche. Guck. Nein, guck, meine Hand ist leer. Mach mal so. Ja, hab alle wieder rum. Ja, okay. Mann, wieso hast du alles aufgefressen, du Spark. Du Spark auf Phönix. Ja, ich hatte Hunger. Ja, denkst du? Ich hab nie Hunger. Ach so, du hast dir nicht alle genommen. gut. Oh my f***g gosh. Yes. To my f***g gosh. Und das. Nein, guck. Was tut gut, Mann. Das war Prima, Mann. What the fuck? Nein, 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 nein. Die Hunde. What the hell? Die Hunde. Die Hunde. Die Hunde greifen mich an. Ich meine, es geht. Die Hunde. Machst du gemütlich mit deinen Hunden, ne? Ja, sieht das auch bekloppt aus hier, ne? So richtig kacke jetzt aus. So gut, dann habe ich schon mal ein paar Fenster. Was muss ich denn jetzt noch? Na, ich glaube, ich wollte noch ein bisschen hatte ich nicht noch mehr? Ist noch so, nicht? Bin ich behindert? Ja, ich will jetzt so kacke mal von Skelettenbogen bekommen, man hat sogar verzaubert viel mehr. Verzauberttenbogen? Verzauberttenbogen? Ja, kann man kriegen. Ja? Kann man kriegen. Auf Stärkest sogar, glaube ich. Was? Das wäre mega gut, ne? Ja, aber man muss die dann wieder aufheilen. Mit normalen Bogen, weil die immer so schwach sind. Achso, ja. Das kann, glaube ich. Das kann, glaube ich. Das kann, glaube ich. Dann muss man die wieder reparieren. Meine zwei Bögen hier zusammen machen. Ja, aber das funktioniert nur mit dem Amboss. Ja, ich habe ja einen Amboss. Voll ging das im Inventar, was ich gar nicht verstanden habe. Ja, dann ist das... Ja, ein bisschen voll ist der Bogen, aber dann nur... Voll ging das im Inventar mega dumm. Warte mal. Ja, ich habe wieder... Ach, ich habe sechs? Oh mein Gott, ich habe 59 Fäden, ne? Sei mal leise, was ist denn jetzt? Ich habe 59 Fäden. Alter, ja, man hat ein Feld. Ich war in der Miene. Kein Wunder. Aber du musst auch auf ein Schwert wechseln. Leider hast du den Schwert nicht. Ich mache mir jetzt drei weitere Bögen, Alter, am Arsch. Drei weitere Bögen. Alter, ich habe so viele jetzt, ne? Ich habe so viele. Kannst du mir einen Bogen reichen oder geben? Hä? Kannst du mir vielleicht einen Bogen geben? Nee. Das geht jetzt echt nicht. Du musst dir mal... Du musst mal auf Föhlen-Tour... Ja, du schaffst. Oder geh mal auf Föhlen-Tour, Eduard. Och komm jetzt, wir sind doch Freunde. Ja, das ist aber kacke, wenn du immer von mir solche Sachen kriegst. Das ist echt scheiße. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Fass. Ja, okay, war's gut. Dann lass Sachen tauschen, okay? Gegen was? Eis auf! Ich gebe dir sechs Eisen und so... Nee, ja. Ich gebe dir drei Eisen und so gibt es mir einen Bogen. Nö. Hallo? Ein Bogen sieht nur aus Spinnenweben und äh... Ja, ich... Ja, du kannst mich nicht überreden. Ich habe dir ein gutes Angebot gegeben. Nee, drei Eisen. Ich habe ein paar Stex-Eisen, Alter. Mach. Okay, dann gebe ich dir... ...einen Kaktus. Hast du schon einen Kaktus? Kann Kaktus den weiterpflanzen? Nein, muss ich nicht haben. Na gut, dann gebe ich dir... Halt den Maul. Ich gebe dir elf Eichenholz. Hast du meine Kohle genommen? Was ist? Hast du meine Kohle genommen, Eduard? Was ist Kohle? Hast du mir Kohle genommen, weggenommen? Warum soll ich mir Kohle nehmen? Ich habe noch... Ich habe nicht mal laufen. Okay. So, dann mache ich mir ein paar Treppen. Ich hoffe, dass ich jetzt mal aufstehe. Oder ist gestorben, David. Er könnte doch durch den Arzt sterben. Das sieht man aber dann nicht so gut. Dann mache ich jetzt mal eine Kohle. Und dann mache ich auch noch mal. Gut. Ey. Ah, geh doch mit da. Ah. Was? Das ist nix. Ey, Pei-Pokemonisch, go. Hey, warte. 10% hab ich nicht. Nee, aber nicht. So. Dann haben wir das schon mal. Ja, ne? Was? Hab ich nicht ab. Ja! Man hört immer so sehr an. Kennst du das, Eduard? Oder kennt ihr das, wenn eure Unterhose so richtig in euren Arsch so drin ist? Nein! Ah, ja. Nee, das war kacke. Oh, das geht uns auch so richtig zum Arsch, ey. Ja, das fackt euch nicht ab. Ja! Wir reden einfach über Asche, aber egal. Jeder kennt das. Egal, ich hab da angefangen, ne? Nein! Das schiebt alles auf mich. Was mach ich jetzt im Arsch? Was? Dann muss man immer das rausziehen, ne? Und dann denken alle, man kratzt sich so selber an den Arsch. Ja! Zum Beispiel, ne? Nein! Eduard? Ja? Ne, Lea, ne? Die kennst du ja, ne? Lea Valeska da. Ja, Lea, Lea, Lea. Ja, ne? Sie hat mal zu mir gesagt, katsch nicht an den Arsch! Ja, weil ich das nur zurückziehen wollte, die Unterhose. Ja, sie guckt da noch extra hin. Sie guckt da generell immer hin. Wo? Zu meinem Arsch! Locker! Stell dir vor, das wäre voll gedumm, Alter. Mach ich das jetzt umsonst? Alter! Ich hab fast so richtig dunkles Eichenholz, ne? Wollte ich nicht verarbeiten. Ich hab 42 gesammelt, das hab ich fast ganz verarbeitet. Ja, ich weiß nur noch. Er hört mir wieder nicht zu. Derbert. Jetzt brauch ich da! Hein! Ja, was? Äh, David? Wir gehen nur auf die Startlob, äh, hier. Dann haben wir einen Startlob, den ich ver tienen kann. Ihrlob von hier! Ihrlob von hier! Ihrlob! Ha 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 Als ob du jetzt schon gestorben willst Ich will nicht gestorben Nene 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 Nö, natürlich nicht Ey, weißt du was Pimmel Klassisches Klassisches Crafting aus Ähm Was sind denn die? Ach die sind doch hier oder? Ja Dazu braucht man Oh Okay Wir sind hier Dann mach ich das Und Jawoll Nice Mach ich das erstmal ab Diese hässlichen Fackeln hier die überall am Weg sind Komm Nein Das geht bei ihm ab, also Das geht bei ihm ab, also Ne, hallo, was genommen Schon wieder Ähm, ja, da wie wir ihn ja drummeln Ähm, ja, da wie wir ihn ja drummeln Das alles auf Medikamenten hat, oder? Die Breste Ey, ne, sei du mal leise Das ist gar nicht viel besser Doch, so Nein, das ist ja nicht Also, wir sind besser oben Doch, so Das ist besser Das ist besser Das ist besser, als du unterhoben machst Was? Du unterhoben Also Also Mh Wie ausrastet Nice Mag ich Ey, ne Ich spiel Ähm So'n PvP-Mode Und immer wenn ich spoilere, bin ich direkt kurz, weil alle am Spawn stehen, ne? Ja Ey, ne Hat er grade zu Medina gesagt Ist nur schlecht Ist nur schlecht Ja, ich weiß Ne, die Weile ist nur, er ist sehr schlecht Hehe Lol, das Haus da sieht voll nice aus, eh, dort Jetzt richtig umgegeben Ach, ein Kass Nein, ich weiß nicht Ich hab's Ja, toll Ja, toll Ja, ficken, ne? Ey, kann es sein, dass es für mich nicht, äh, wieder tat wird Doch, der Mund geht ein bisschen aufwärts nach oben Ey, ich hab einen Punkt bekommen, wenn ich mich selber gekehlt hab Hä 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 Was? Hacker Hacker Guck Eduard Eduard Warte, warte, warte Ja, ja Warte, 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 warte Auf die vier Buchstaben hab ich gehört Ja, okay, der wird zwar jetzt lahm, aber Was? So bekommst du keinen Punkt, ne? Nein Aber gerade eben hab ich den Punkt geholt, hast du nicht gehört? Nein Du hast den Freilin gesehen geschossen, der hat ein Mitspiel getroffen Ja, ich hab auch den Böden geschossen Ja, ich hab auch den Böden geschossen Oh, Alter Jetzt ist es Du sollst doch verarschen, es ist immer die Runde 2 Du sollst du nicht verarschen, ne? 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 Tch Wie ausrüstet, Alter Aber bevor ja gleich ein Skelett oder so kommt Jetzt zieh ich eben die Rüstung an Ah! Ja, deswegen hab ich jetzt meine Rüstung eingezogen, Leute Scheiße Komm mal auf Oh Gott Kann ich gleich hier fortsetzen? So gut, dann haben wir auch schon unseren Weg hier Ja? Nils? Ja? Ich wollte jetzt eigentlich die Achterbahn bauen Ich bin selbst mit meinem Haus Die Achter... ja, ähm Können wir gleich anfangen Ähm, Leute, falls ihr noch nicht wisst, was wir machen wollten Wir wollten eine Achterbahn zu den verschiedenen Häusern verwenden Aber auch, äh, gut, Eduard, ne? Also... Müssen wir schon gut machen Eigentlich würde ich die auch bauen, weil ich ja die Ich bin tot Hör mal auf, Mann! David, hör mal auf! Bist du... Wir sind tot Was? Was? Komm schnell auf! Hey, warum bin ich gestorben? Hör mal auf! Hör mal auf, Mann! David, hör mal auf! Bist du... Was? Hey, warum bin ich gestorben? Hör mal auf, Mann! Hör mal auf, Mann! Ich glaub, ich bin irgendwo runtergefallen Aber das ist nicht hau auf! Hör mal auf! Was? Aber komm schnell! Beleb dich wieder, Eduard! Du hast irgendwo einen Scheiße gemacht! Und dann... Und dann hab ich mich... Du knappt irgendwie nicht! Eduard, belebt dich wieder! Hör mal auf, Mann! Du bist bereit! Hör mal auf, Mann! 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 Oh, Eduard! Hey, komm! Ja, was? Hey, komm! Hey, komm! Hör mal auf, Mann! Alter, er will mich doch sehr assnen! Hör mal auf, Mann! Hör mal auf, Mann! Nein, noch nicht! Deine Sachen hin, mir die Hör mal drauf! Da ist dein Hund Hör mal auf, Mann! Gut! Hier ist nochmal kaputt. Hier ist abrückend. Abruppang, erzähl bitte, mit den Kohlerein! Ja! Komm! Ich hab ein bisschen für dich. Nein, mach mit dir. Ist gut. Nils? Ja? Hier unten. Nils, na, können wir die Achterbahn bauen? Dann können wir das Rebu wenden, ne? Ja, aber die wird ja noch nicht sofort fertig sein, glaube ich. Ich weiß nicht. Nils, kann ich bitte... Ich kann nicht die Schienen, weil ich will die Achterbahn nicht bauen. Ja, nimm sie. Ich hab schon alles vorbereitet. Mach es aber sinnvoll. Oder wir können auch zu Hause zusammenbauen. Der Haus sieht echt gut aus. Danke. Ich will aber so eine... Ich will jetzt ein kleines Haus bauen, deine große Villa. Alter! Lass uns nur mit dem Krieger. Guck, hier. Man, du wirst mich verarschen. Ich komm diese Schüssel rein. Ich kann das Urlaub kriegen, ey. Zehn? Nils, guck das jetzt, ne? Lass hat eh nicht gewonnen. Ich mach jetzt was. Doch, das geht hier. Ne, okay, komm, ich guck jetzt. Sag jetzt Nils, ich erzähle das Video jetzt. Nils, nein! Nils, das nervt sich. Nils, wann können wir denn jetzt die Achterbahn bauen? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Warum? Ich muss. Ich muss was machen. Loll, Nils, das geht mit voller Lederrüstung. Ja, nice. Kill ihn. Ja, nice. Wenn du kannst. Kill ihn mit der Faust. Nein. Nein. Ich hab ein TNT. Alter. Kuchen hat wie er spielt. 2, 3, 3. Ähm, gut. Ne, dann kommen wir bitte jetzt. Nur kurz was machen. Kuchen hat aber 2 mal gewonnen. Das liegt auch nicht mehr. Aber Lars, also, weil Lars gewonnen hat. Hilf, komm jetzt bitte. Ich will viel geben. Warte. Ja. Wie viele sind das überhaupt? 52. 52? Ja, ich weiß. Ja, warte, ich muss eben noch. Das gibt's. Ähm, bei... Booster. Booster-Schiene brauchen wir auch. Nein. Hä, doch. Hey. Nein. Nein. Der Bus-Schiene braucht wir, glaub ich, nicht. Nee, wir brauchen keine Bus-Schiene. Ja, okay. Wir können nach vorne zurückzeiten, dann fahren wir automatisch. Ich weiß aber ja nicht so schnell den Berg drauf. Das geht ja nachher nicht. Ich weiß, aber das ist doch egal. Ja, dann wollen wir doch wieder zurück. Ja, dann wollen wir doch wieder... Nein, wir müssen nur bedrückt halten. Und wir rollen zurück. Oh, kann dein Hund sich mit verbissen? Nee, ich hatte so ein T-Shirt, wo 21 draufsteht. Spinne! Mein Hund rettet dich. Mein Hund rettet dich. Äh. Mein Hund hat dich gerettet, Neil. Ich hatte sie gekillt. Aber, Eduard... Aber, Eduard... Ich habe irgendwie so ein richtig komisches Schirt. Das sieht aber mega nice aus. Da steht so eine 21 drauf. Eduard, ich kämpfe mit dem... Ich habe immer noch so. Nein. Nein, mach nicht. Eduard. Ja, aber T-Shirt ist gut. Und eben nur Essen. Nichts anderes. Essen muss nicht. Eisenschau für uns da. LOL. Ein Zombie hat gerade einen Eisenbarren bei mir gedroppt. Neil, lass mir bitte geben. Äh, ich mach das, okay? Brauchst du die Achterbahn? Ja. Oder wir können auch beide. Oh Mann, aber ich habe noch nicht gute Idee für die Achterbahn. Was denn? Das meint, dass ich dann durch diese hintere Höhle komme. Dadurch. Guck. Achso. Ja, okay. Dann mach das hier. Woher willst du das noch benutzen? Ähm, nee, will ich nicht. Warte, dann können wir hier starten. So. So. Nein. Nein. Ich weiß, ich kann... LOL. Wenn ich hier startiert, kann ich kein... Ähm, kann ich... So kann ich aber nicht. Den muss ich noch abbauen. Ja, bitte. Ich kann's nicht verpacken. Äh, der Holz ist tatsächlich. Oh nein, das ist kein Holz. Ja, du musst nichts mit Rücken machen. Warte. Neil. Ja, dann mach du das halt. Dann mach ich gar nichts. Und dann kommst du rein. Oh, geh. Das geht jetzt nicht, glaub ich, ich. Der geht mir her nicht. Ja, ist ja Gott, du gieriger Schluck. So. Wo sind meine scheiß verfickten Fackeln hin, also? Verpiss... Dein Hund! Was? Der greift mich an, also. Töten nicht. Töten nicht. Spälen wir ein. Ja, genau, das ist halt immer. Wartesgewinnsteig. Ja, genau, da läuf ich immer noch an, der Hurensohn. Der hat mich nicht gerettet. Der hat mich nicht gerettet. Nein, hör auf. Hör auf. Das war echt knapp. Der kommt nicht schlecht. Doch, der hat sich von einer Spinne gerettet. Er hat mich nicht gerettet. Ja, genau, wir sind gute Freunde der Hunde, und wir greifen uns auch nur nicht an. Nein, ne, gar nicht. Nö, nö. Hör auf. Hm, gar nicht. So, weiter. Weiter. So. Ach, ja, scheiße. Stein. Bisschen weiter machen. Ähm, ich würd' sagen, wir beenden den Park gleich, Eduard. Ja. Wir haben schon richtig lange aufgenommen, jetzt. Ich mach ganz kurz die Achterbahn. Ich mach ganz kurz die Achterbahn. Ja. Ja. Welcher Part ist das hier, Eduard? Weißt du das? Welcher Part ist das hier, Eduard? Nee. Guck mal auf meinen Kanal drauf, Eduard. Bitte. Oh, na gut. Ja, das ist auf dem Kanal. So. Das ist die fünfte. Fünfte, sagt David. Also ich hab den fünften schon hoch. Nee, nee, jetzt sagt er die sechste. Jetzt sagt er die sechste. Also ich soll den sechsten jetzt hochladen gleich. Ja, das ist der sechste, sagt er. Okay, das ist der sechste Part, Leute. Ähm, ich muss noch kurz was machen. Äh, David sagt, er guckt. Hä? Er guckt gerade, ob es der sechste ist. Okay. Und wie, das funktioniert jetzt nicht, diese Scheiße, ne? Nein, das funktioniert nicht. Egal, ich hätte eine geile Idee, aber nee. Nee, Eduard. Nee, ich hab so ein geiles Schürt. Nee, da steht so 21 drauf, nee, aber das ist mega nice. Aber du hast zu viel abonniert, das ist ein Fünftes. Eduard? Du hast zu viel abonniert. Ja. Ich hab aber, nee, das geilste Schürt. Nee, da steht so 21 drauf, hört sich vielleicht lang an, das ist mega geil. So ein schwarzer Pulli mit 21, mit weißer Schrift, so. Geil. Und auf dem T-Shirt stehen hinten drauf irgendwie so, ähm, InSoap oder so, InSoap oder InSoapy, keine Ahnung, 21, so. Das ist ein nice, okay. Ja, die Welt wird auch nicht hübschen. Ach, das heißt InScope 21. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge Minecraft, Minecraft, ähm, Schubbein, wobei, mach's gut, haut rein, ciao, ciao. 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 Ciao.